Hallöschön. Ja, da sind wir wieder bei Reste der Niveau. Und ja, wir machen auch direkt weiter. Hier ist schönes. Oh, schöne Schrott, Schrott. Immer gut Schrott. Hier können wir speichern. Okay. Hier ist wieder mal nichts drin, wie immer. So. Oh, Schrott, da steht einer. Hier irgendwas. Hier aber nichts. Es scheint komplett leer zu sein. Wie geil. Schießpulver. Apropos. Kraten. Was kommt hier drauf? Unsortiert hier. Mal. Hey. Aber nur noch eine. Nur noch eine. Ich glaube nicht, reicht das. So, dann habe ich relativ auch gut. Okay, dann gehen wir mal weiter. Weiß nicht, ob ich mal schnell speichern. Ja, kommt mal. So. So. Seitdem geht das schnell. Das ist sehr gut. Ich mach das da unten an. Kommen wir so, wie es aussieht, noch nicht hin. Oh, das ist doch das Schloss, oder nicht? Ist doch das Schloss. Na ja. Dann gehen wir mal durch die Höhle. Oh. So. Mal sehen, was uns hier wartet. So. Mal sehen, was uns hier wartet. So. So. Und wieder durchs. Fischi. 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 Oh ja. Das ist viel. Komm her jetzt. Danke. Äh. Noch einer. Da ist er doch. Komm her. Komm her. Kann ich schon sagen. Ich will sie eigentlich schon dreimal treffen müssen. Aber naja. Und wer Fischi? Fischi. Fischi hier. Fischi. 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 Dann kann man auch wieder direkt sortieren hier. Fischi. Fischi. wo ist der weg jetzt von daher gekommen okay alles klar wo ist jetzt da hochkommen jeder sie gar nicht blöd so von da bin ich gekommen ich steppe wir suchen im angesicht des mondes in dunkler nacht erbringen wir unser opfer im angesicht des mondes in dunkler nacht ersehnen wir das erlösende licht im leben wie im tod preisen wir mutter mir erinnern erkennen sie mich ich bin in dem schloss fast verreckt bitte sagen sie mir was hier los ist kann denn ein mensch nur fast sterben ich habe keine antwort darauf kommen sie schon und keine spur von rose wo hat mir an der sie hingebracht du kommst zu spät oder nur fast zu spät das kind wird geopfert leben für leben was für ein bullshit ist das denn sie ist noch ein baby die siegel der vier kinder mögen dir den weg eröffnen bitte ich brauche keine rätsel ich will nur meine tochter es ist nur ein rätsel wenn du die antwort nicht kennst moment mal das kenne ich doch hey warten sie an der dumme frage wo wie die jetzt hinlaufen kommt doch da hinten gar nicht hoch ok welchen haben wir jetzt zwei schwerer da oben wir haben das da ok also komisch aus naja ok haben wir noch irgendwas jeden fall die alte ist ziemlich verrückt aber sehr verrückt und riegel ok dann gehen wir weiter ok 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 hier knistert schon wieder alles aber schon gar keine lust drauf nur noch zwei ach du scheiße stimmt ja fast nichts an monat oh wei das kann was werden da liegt einer nö nö hat nur noch die muss gerade jetzt nachladen trottel und das vier jetzt ja wer bist du ein kagel rot ok jetzt bestimmt noch nicht runter naja da findet man wieder so ein hebel ist hier irgendwas drin das klang jetzt gerade wieder so komisch boah was ist denn jetzt hier ok ok hier ist nochmal rein verschlossen ok geht auch nicht auch nicht ok ok jetzt habe ich nichts erstmal schnell nachladen ich sehe was mich hier noch erwartet ok ja ich sehe es ich sehe es nicht denn ich sehe es nicht nicht das ist das ist ich sehe es nicht ich sehe es nicht ganz gut und das ist das ist das ist das ist ah ich weiß ja nicht nun ja du hältst quasi deine tochter in den händen was soll das heißen sie genau hin dieses gefäß scheint ihren kopf zu enthalten ich will es nicht hören das nein unmöglich das kann nicht sein der geist einer tochter ist noch intakt ihre kräfte sind wirklich einzigartig wer würde sowas tun du kannst sie immer noch retten retten wie denn sind sie verrückt im westlichen teil des dorfs ist ein haus mit einem roten schornstein geht zu dem mann der dort lebt danach können wir unser gespräch fortsetzen kommen sie schon halten sie mich nicht zum narren du brauchst mir nicht zu glauben aber hast du eine andere wahl entscheide du der kunde ist schließlich könig nicht wahr ich schwöre wenn sie mich verarschen krass willkommen sagen wir denn hier schönes ich habe neue waren für dich besorgt wie wir es ich nehme weil ich mag ich achte man niedrig und nicht bei dir war mal lady demitrescu reizend selbst im tod diese kurven hast du ein schönes für mich ok auch für scharftschutzung gewehr 30.000 für ja wer eigentlich empfehlenswert sehr empfehlenswert habe ich noch was zum verkaufen 30.000 bringt sie ist als investition liefen das macht man auf jeden Fall überlasst das mir so so da haben wir die dann auch wenigstens auf höchste was wir kriegen können bis nächstes mal die können wir speichern auch sehr gut speichern wir hier direkt hier mal so muss ich jetzt lang und hochkirche ich muss zum roten Turnstil wir haben aber noch ein paar häuschen die wir durchsuchen könnten den schlüssel habe ich doch bestimmt oh ja wir gehen dann mal weiter schornstein ok sehe ich aber irgendwie jetzt gerade nicht so wir haben jeden Fall kaum money das regt mich doch schon wieder auf so wir sind hier hinten brauchen wir einen niedrig machen wir mal was wir da kriegen ach ich hab zwei sogar noch money mir auch nicht das ist eigentlich gewesen sein dann nee ist immer noch was ist immer noch irgendwas ok du wirst jetzt jetzt ist es gewesen so wo war das eigentlich jetzt wo ich irgendwas ne aber die dumme drolle hat das zugemacht alles klar komisch hier hin drunter wo ist das mit dem roten schornstein ich sehe irgendwie hier nix ist das nicht der roter schornstein hier irgendwie rein okay einer anderen seite verschlossen das haus das scheint noch gar nicht einer drinnen gewesen zu sein dann ist ja mal nix alles klar moni moni ist so sehr gut so gut moni zu haben webstuhl schreckt mich doch nicht für körperteile von ziegel hier kann irgendwas erschrocken mittel immerher schmiederschein italien für mich ne schrotz mein trügel was habe ich dann noch immer noch nicht alles warte mal da muss ich da noch mal eingehen das soll noch sein sind hier dann auch was muss ich noch sein da muss ich gucken dann hier was das was schönes drin das sozusagen gewesen sein okay aber da muss ich sagen dann ist folge hier auch schon wieder zu ende und wir sehen uns in der nächsten folge bis dann